Wie schmeckt die Herbstfeige, die Haupterntefeige, der Lomdut? Die sehen alle schon sehr reif aus. Ja, da habt ihr schon Risse drin, also die sollten pflückbereit sein. Deshalb habe ich bereits eine Lomdutfeige aufgeschnitten, um zu kosten, ob sie schon die gewünschte Reife mit sich bringt. Richtig, richtig süss, lecker, fein. Also, ich glaube, es ist der Zeitpunkt, der richtige Zeitpunkt gekommen, um die Lomdut Herbstfeige, die am einjährigen Holz so fantastisch gewachsen ist, zu ernten, zu probieren und einfach zu schlemmen. Die Lomdut Herbstfeige, eine wahre, wahre Freude.